Musik In diesem Übungsfilm stellt Ihnen Peter Kainberg zehn Übungen aus dem Programm seiner Gentle-Touch-Methode vor. Es sind bewährte Übungen, die Rettigkeit und Durchlässigkeit und das Hilfenverständnis verbessern. Willige Mitarbeit an feinen Hilfen, bessere Balance und Geschmeidigkeit stellen sich schon nach kurzer Zeit ein. Reiterinnen und Reiter können mit diesen Übungen ihr Gefühl, ihre Lockerheit und ihre Reittechnik weiterentwickeln. Mit dem jungen Hannoveraner Wallach Shining Gentle Boy zeigt Peter Kainberg zunächst die Ausführung jeder Übung. Am Beispiel von vier Reiterinnen erfahren Sie dann, wie die Übungen durchgeführt werden, welche Fehler auftreten können und wie es richtig gemacht wird. Musik 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 Musik